Hallo Leute und Herzen, willkommen zurück bei Alex. Gut, mit unserer neuen coolen Kriegerrüstung. Das geht so nicht. Oh ja, sorry, hab's vergessen. Okay. So, mal sehen. Wir wollen noch kurz bei den anderen Gemeinschaften so vorbeigehen, mal schauen, ob es irgendetwas Neues zu erledigen gibt. Und ich sollte vielleicht ein Nessie mitnehmen. Und ich bin eigentlich blöd, oder? Ich hab diese Rüstung gekauft, obwohl ich bald Erzberserker werde. Scheiße. So, wer bist du denn? Ein Outlaw. Nein, gerade nicht. So. Hier gibt es nichts, was wir machen können. So, dann gehen wir mal zu William und den anderen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Flasche nehmen daneben. Schnaps. So, haben wir nicht schon einmal hier unten. Wir haben alles aufgesammelt. So, und du? Später habe ich vielleicht Zeit. Ja, vielleicht. Mhm. Wenn du deine Griffel bei dir lässt, kriegen wir auch keinen Ärger. Verstanden? Ja. Wir seien auch nur das Gleiche. Und bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Kolb. Äh, klickt doch schon neben. Geht mal wieder nicht. Okay. So kann das doch nicht weitergehen. Das sind nur zwei Outlaws. Was sagt der Typ hier? Nichts. Mal wieder typisch. Wer will eigentlich das Gericht über den Eingriff der Berserker? Oh. Wir speichern kurz und reden mit ihm. Sieh mal einer an. Mein Freund ist erwachsen geworden und hat sich einer Fraktion angeschlossen. Deine Wahl wäre zwar nicht meine Wahl gewesen, aber hey, wer bin ich, dich zu verurteilen? Es freut mich für dich, dass du deine Wahl getroffen hast. Da wir einiges zusammen durchgemacht haben, stehe ich dir gerne zur Verfügung, wenn du mich brauchst. Danke. Zeig mir deine Ware. Na gut. Ich hätte ja auch eine Mana. Warum hat der Mana? Warum kein Alex? Die Sonnenbrille haben wir, aber gut. Okay, er hat nichts Besonderes. Was können wir verkaufen? Die Hornwaffe. Ja. Den Erlöser. Also müssen wir ein bisschen höher gehen. Doktor Seltsam. Aha. Der Schaden ist, ja, gerade das höchste aller höchsten, aber was soll's. Hier wohnen. Ja, alles schönes Zeug, das ich gerne behalten will. Und hier mehr oder weniger das Gleiche. Dann verkaufen wir vielleicht etwas von ihm hier. Okay, 71 Staffel. Okay, das bringt schon mal ein bisschen Geld. Uh, Hornplatte. Zehne. Zwei Hunden. So. Okay, das, das geht leider. Uh, Krallen. So. Das bringt wenigstens Zehne. Die bringen leider auch nicht mehr das, was einmal mitgebracht hat. Aber gut. Nein. Lassen wir das. Das ist zu wenig. Hmm. So, die Flugblätter und so bringen ja auch nur kaum was, also, was soll's. Aber dass man das nicht besser ordnen kann. So, hier. Das hat sich aber extrem was angesammelt. 18 Krüge. Geldbündel. Ja, 680. Warum nicht? Die alten Münzen kann man ja auch noch gebrauchen. Hier ist es 624 und der Rest. so. So. nach Schlacht. Anleitung ringt der Resistenz fünf Stück. So. Seit wann haben wir so viele? Dann kommen wir hier zu den anderen. Das kostet hier alles nur eins. Energiezelle. Ne, lassen wir es anlaktivieren. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Money. Ist so funny. Richman, work. Ähm, ja. so, Schweffelbrocken. Ist das kaputte Haus. Dann gehen wir noch schnell zu William. Das musste ja schon kümmern. Oh. Wer schmeißt einen Heiltrank weg? Zu einem normalen. so, hier rüber und alles mitteln, was geht. Gut, sagst du etwas? Denk dran, Ber... Äh, ja, nur geduldet. Äh, hab gehofft auf eine gute, eine gute Quest oder so. Schönen Tag. Right. Gut. Dann sammeln wir hier. Kann ich... Ah, geht nicht. Also, hier haben wir nichts. Wow. Dank der Kamera sehen wir so viel. So, jetzt darüber. Bin am überlegen, was wir... Ja, wir schauen noch bei denen hier vorbei. Aber sonst kann man fast alles in die Tone treten. So, kurz speichern. Ähm, so, hier. Der Weg zum Erzbersack aus Altmach Neu können wir nicht machen. Die zwei können wir auch nicht machen. Und hier ist das einzige, was wir machen können, aufsteigen. Ich glaube, Erzbersack ist dann das letzte. So. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich, Berserker. Okay. Keine neue Aufgabe. Der Typ, der normalerweise hier steht, ist weg. Bist du es? Nein. Automaten, Heiltank, Mana-Tank, Wasser kaufen, Bier kaufen, Energie, Hiegel kaufen. Nein. Auch wenn es praktisch wäre. Oh, bevor ich es vergesse, ist es so. Hm. Was sagen die hier drin? Hier haben wir eine Zigarette und weg ist es. Wer bist du denn? Rüstmeister. Bei ihm können wir nichts mehr kaufen. Aber wir haben doch noch die Kauferlaubnis. Zum Glück. Und der, der hat es nicht gesehen. Okay. Schnell, schnell. Aber schön langsam. Okay. Okay. Er hat es gesehen. So, Spielstand laden. Wir haben ja gespeichert zum Glück. Böse Maschinen, die sehen alles. Gut. Okay. Der sagt nichts. Und du? Wenn du etwas zu melden hast, sprich mir. Hm. Danke für deine Hilfe. Kein Ding. Ich würde auch gerne die Quest abgeben. Aber geht ja anscheinend nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Denn uns fehlt eins. Und das hat sich... Hier wird man dauernd angeboggert. Okay. Alles klar. Hey, Siegfried. Gerade noch bevor er es umgedreht hatte. Gut, dann... Hm. Dann... Dann... Keine Ahnung. Es gibt ja noch die Kleine, die sagte, weil sie etwas entdeckte, würde sie uns etwas sagen. Aber... Ich glaube nicht, dass die... sich meldet. Aber wir gehen doch zur Sicherheit noch schnell vorbei. Sagen Hallo und das ganze Zeug. Aber es wird sich nicht ändern. Es scheint, gibt es keine Quest für uns. Hey, Kleine. Seht ihr? Okay, das hätten wir. Was haben wir noch? Eigentlich nicht nachts mehr. Nur noch der Typ nach vorne. So, mein Freund. Hast du was? Weitergehen. Ich habe zu tun. Okay. Gut. Ein bisschen schade, aber gut. Keine einzige Quest mehr. Aber hier haben wir ein Slugbeast? Warum tauchen die jetzt auf einmal überall auf? die geben gut hornplatten. Das ist erstaunlich, dass sie jetzt überall auftauchen. Äh, Stacheldraht. Okay. Die Öllampe kann weg. Was haben wir hier? Trockenfleisch. So, Pestratte, die gibt dir ein bisschen Fell, hohes Fleisch, Knochen und zwei Zähne. Ich dachte immer, bei einer Ratte gibt es mehr als nur zwei Zähne, aber gut. Ah. Ein Riese, oder? Wir haben gespeichert. Scheiße. Okay, Ärmel da sind, oder das? So. Und auch das wird erledigt. Ah, das Blut? Waren wir hier nicht schon mal? Und das Blut kann eigentlich nicht schon lange da sein, denn es ist noch rot. Blut wird ja nach einer kurzen Zeit eigentlich sogar braun und verkrustet. also Blut ist noch rot ist und feucht ist erst vor kurzem da gelandet. Aber dann ist die Frage, wo ist die Leiche? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich hier durch die Gegend stampfe. Weil ich eigentlich versuche, so viele Monster zu töten, wie es geht, um dann eben Sachen zu verkaufen. Denn ich glaube, die Erz-Berserker-Rüstung kriegen wir nicht einfach so geschenkt. Das wäre schön, aber nein. So, wir speichern hier. Wir sind hier mal wieder. Hier ist im Moment nichts. Nur da hinten. Was kann hier hinten sein? Wir speichern, nur außerheitsgründlich. Achso, ein Schim- eine Schimera. Es geht los. So. So, oh, bitteschön. Dunkles Leder, Hornplatten. Und so weiter. Okay, was haben wir hier? Elektroschrott, Trockenfleisch. Und 50 Splitter. Eigentlich nicht viel. Und da spielt wieder irgendjemand eine Geige. Oder Violine. Erkennt da den Unterschied, nicht? Und haben wir hier drin alles genommen? Ich kann jetzt nicht. Okay, die Kleriker sind alle noch am Leben. Also haben sie das hier bewacht. Und, äh, Kaya sagt nichts dazu. Eigentlich schade. Denn sie sucht ja nach Alex' Vorkommen. Und das wird doch eine. Gut. Hm. Ein Geldbündel. Ah. So, speichern. Und zuerst einmal den da. Ich erledige das. Oh, der ist Geschichte. Der Wettbildenmacher. Uh, uh. Klimt eigentlich. Wie heißt es dann auf, äh. Nee. Ich dachte gerade, auf Englisch wird es dann, äh. Dings heißen Black Widow, aber nee. Es ist ja Widowmaker. Und ist Widowmaker? Nicht einer aus Overwatch? Hm. So, du möchtest gern Panzergrille. Höh. Da kommt gerade etwas in den Sinn. Und zwar weiß ich, wo wir Fleischgrillen finden. Wir sind ja nicht weit gekommen dort drin. Wir haben die erste getötet, und die hat uns fast den Arsch aufgerissen. So sagten wir, uh, da es noch ein zweites und vielleicht dritter und vierter gibt, lassen wir das lieber für heute. Kommen später, wenn wir wieder stärker sind. Ja, ich würde sagen, mittlerweile sind wir stärker. Viel stärker. Gut. Aha. Da vorne ist was. Und hier. Den habe ich nicht gesehen. Okay, der hat seltsamerweise viele Schläge gebraucht. Ein Bergtroll. Gut, aber zum Glück haben wir ja gespeichert. Kurz mal etwas überprüfen. Der Widowmaker. Das ist auch so ein großer Teil. Macht mehr Schaden und braucht mehr Stärke. Doch das seltsam können wir noch nicht tragen. Es sei denn, wir würden... Okay, das war seltsam. Oh, das habe ich nicht gesehen. Gut. So, lass die Ruhe paddeln. Oh. Wer schon oft sagte, das ist schiefgegangen. Gut. Wegpacken, Fleischrille. Und weiter geht's. Ich glaube, die anderen Fleischgrillen sind einfacher. Okay, die Truhe wurde leer gemacht. Ja, von hier vorne können wir Klopapier nehmen. Und hier. Oh, Alex. Von da ist auch was. Und da auch. Wird das alles übersehen? Oder kommt das wieder? Hm. Wenn ich mir jetzt... Wird ich gerade sagen. Das Problem bei dieser Heilung ist, es heilt nur 50 und hat Cooldown. Ich wünsche, das hätte kein Cooldown. Oder man könnte den Cooldown extrem runterbrettern. Auf eine Sekunde oder zwei. Und dann ist es im Kampf eigentlich nicht nützlich. Schon gar nicht, wenn es so schwach ist. Ah. Ah. Oh. Hm. Das geht so nicht. So, wir speichern. Nimm die da. Vorsicht. Okay. So, du scheiß Troll. Kleiner, alles in Ordnung? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Äh. Bis jetzt, ja. So, was haben wir hier noch? Hm. Ah. Bevor wir es testen. Was? Waren wir da unten schon mal? Hier sind so viele Gegner. Ich glaube, hier unten war, haben wir noch nie. Ha! So. Dann lass uns das Zeug sammeln. So. Hm. Das kann gut möglich sein, dass ich hier noch nie war. Ich benutze die eigentlich selten, die schnellen Angriffe. Das könnte eine Quest sein. Kleriker. Hier ist ein Außenposten der Kleriker, wie es scheint. So. Hier runter. Das ist gut. Das bedeutet Quest. Ich glaube, wir haben hier noch niemanden getroffen, der einen Namen hätte oder irgendwie auffälliger wäre als der Rest. gleiche Kampfmaschine. Vielleicht oben. Okay. Okay. Ach nö. Schade. Schade. Schade, schade Marmelade. Ich dachte wirklich, hier gäbe es eine Quest. Ich dachte wirklich, hier gäbe es eine Quest. Da wir bis jetzt noch nie hier warten. Das wäre doch anzunehmen, dass ich hier eine Quest gäbe. Aber es gibt auf jeden Fall einen starken Gegner. Äh, zwei. Abgesehen von diesen Ratten hier. Hm, eine Schmier und deine Fleischgrille oder Panzerkrille. Hier gibt es sogar noch mehr. Okay, hier gibt es seltsame Pflanzen. Aber keine. Die waren wir noch nie. Zu einfach. Ja, eine zu einfache Küste ist mit Spezielles drin, oder? So. Wir könnten es töten. Gut. Okay. Wir wollen da hoch. Warten wir kurz, bis das aufgeladen ist. So, einmal die Wasserflasche. Dann warten wir, bis der Rest aufgeladen ist. Und Elektroschrott. Und Elektroschrott. Da geht es auch hoch. Hier waren wir noch nicht. Dann würde ich sagen, hier konnten wir die Gegend in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.